Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven Hören Sie auf, meine Gründen zu belästigen Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen Weitermache, Pilot Natürlich Prüfe deinen Frontalsensor, er erkennt potenzielle Ziele Pilot hinten, spiziere zuerst dieses Schiff Moment, Moment Wir waren dem Imperium immer treu ergeben Pilotin, überprüfe diese Schiffe und stelle fest, ob die Flüchtlinge hier sind Und hier ist der Stationsleiter Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt V.A., Baby,ount prospects stelle aint Seht ihr? Treue ergeben, ich schwöre. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Gut, prüfe jetzt das Nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlag darf nur das Schiff nicht. Keine Anzeichen für Herkunft aus Aldera. Weitersuchen. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Da, ein Schiff versucht zu fliehen. Vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten Ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle. Waffensysteme hochfahren. Pilote, erfasse es mit den Sensoren und freue eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Nenn Sie nach, ob Sie die Flüchtlinge verstecken. Ich werde das Schiff down. Ich werde das Schiff down.